Recht herzlich willkommen zur 133. Folge von Avorian. Ja, wir wollten zum Dock hin, zum Dock, zum Ausrüstungs-Dock, doch Ausrüstungs-Dock heißt die Kiste, und die war irgendwo hier in der Nähe, und da ist er. Wir gucken da nochmal rein, weil ich letztes Mal war jetzt wirklich nicht so der Bringer, wo ich gesagt habe, da müssen wir hinfliegen, ne? Äh, Doppelbuske, Tesla-Geschützung, Eisen-Air-Frag-Geschützturm, das war, wenn das einzigste was, Bergbausystem, achso, okay, doch, da sind ein paar Dinge, die wir haben wollten. Oder sind die jetzt neu gemischt, das weiß ich auch nicht. Antriebs-Upgrade? Ich glaube, diese neu gemischt werden letztes Mal hier ein Batterie-Upgrade als erstes stehen. Okay, immer wenn man speichert, gibt's was Zufälliges, und wenn's dann, okay, wenn's einem nicht gefällt, speichert man, ne? Dann gibt's was Neues, und dann ist alles gut. Naja, das ist jetzt natürlich nicht so beabsichtigt, das ist reiner Zufall, dass das passiert ist, ich hab ja nicht extra gespeichert. Aber naja, das ist dann der Weg, wo man weiß, dass man cheaten kann, ne? Wenn man will. Aber bringen tut das ja einem auch nicht viel, ne? So, wir fliegen zum Dock, zum Dock, ja, zum Undock-Station, die dann hier irgendwo sein wird, wenn sie dann jetzt auftauchen, da sind sie. Okay, fliegen wir da oben hin. Unser Schiff ist noch relativ klein, ne? Größer geht, klar, aber wir bräuchten dafür sehr viele Rohstoffe. Fliegen wir ran erstmal. So, Docken, Ausrüstung, Handeln. Fangen wir hier vorne an. Das Antriebs-Antriebs-Upgrade ist nicht so. Kontrollsystem kann wie viel, drei zusätzliche Bergbausysteme. Das ist jetzt interessant. Das würde ich jetzt mal kaufen. Frachttraum-Abgetrautraum-Relativ-Plus-13%. Ne, das brauchen wir nicht. Traktorstahl-Upgrade, irgendwo zwei. Energieverbrauch. Also diese Upgrades, die können wir damit schneller besser weiter einsammeln. Generator-Upgrade-Bergbausysteme, haben wir hier noch eins. Kosten 10er. Ja, hier ist jetzt Schluss. Doppel-Puls-Karton-Geschützturm. Eisen-Air-Abwrack-Geschützturm. Ja, da kriegt man mehr Eisen, ne? Das ist die Frage, ob wir das haben wollen, ne? Eigentlich eher nicht. Das Obrasser können wir nicht kaufen. Warum können wir das nicht kaufen? Ah, die Beziehungen sind nicht gut genug. Das ist es. Hier gibt es Jäger-Mininger. Air-Mininger gibt es ja auch übrigens. Acht Stück an der Zahl. Da steckt Transmitter. Sender der Handelsgeld, okay. Verbündete kommen dann. Das waren die Torpedos, die wir schon hatten. Ja, und hier können wir was verkaufen. Und da können wir zurückkaufen, ne? So. Gehen wir mal erst nach hinten. Quantum-Über-Upgrade-Bergbausysteme haben wir gerade. Vorträgliche- und Handelssysteme. Radar-Upgrade-Quantum-Hyperraum-Upgrade. Quantum-Hyperraum-Upgrade. Geschütz-Kontrollsysteme. Geschütz-Kontrollsysteme. C-43-Detektor in Rot und in Gelb. Doppel-Tesla-Geschütz-Turm. Vierfach-Kanonengeschütz-Turm. Doppel-Tesla-Geschütz-Turm. Doppel-Titan-Air-Abwrack-Geschütz-Turm. Dreifach-Puls-Kanonengeschütz-Turm. Mit Bergbau. Doppel-Maschinengeschütz-Turm. Doppel-Reparatur-Geschütz-Turm. Flak-Geschütz-Turm. Ja, alles ganz viele Sachen. Reparatur-Geschütz-Turm. Ja, stellt sich echt die Frage, was wir davon brauchen, was nicht. Der repariert, ist klar. Tja. Ich glaube, das behalten wir erstmal alles. Das, was wir wollten, haben wir getan. Und jetzt sollten wir nochmal gucken, wo wir hinwollen. Oder, ja. Ist ja noch ein grünen Blip, ne, ne? Da ist ein Notruf. Da ist mir irgendwo schon mal hingesprungen. Ich würde mal hier jetzt hinspringen wollen. Weil hier ist so ein großer Bereich, da muss es doch noch was geben, oder? Ähm. So, und dann geht los die Reise. Gucken wir uns das da mal an, was da so ist. Hier ist jetzt nix, ne? Da gibt's noch ein Notruf. Sollen wir das mal schauen? Wir schauen da mal, was da los ist, oder? Da, und dreh dich. Und dann springen wir da hin. Okay, reicht noch nicht. Wir brauchen nur 23 Sekunden, bis es weitergeht. Schöner Sektor hier, ne? Sieht schick aus, die Kakao-Farbe hier, oder was auch immer ist. Dieser Planet hat was, ne? Mit diesem roten Rand. Fünf Sekunden noch, bis wir springen können. Ist das die Erde? Ne, ne? Ne, das sieht ein bisschen anders aus. Auf geht's. Gucken wir mal, wer da ruft. Aha, Plünderer, hab ich mir schon gedacht. Können wir mal springen? Ach, wir können nicht springen. Okay. Müssen wir so fliegen. Sind das auch Plünderer? Die gehören da wohl zu, ne? Ich glaube, wir können da nicht so viel ausrichten, sind zu viele. Unser Schild ist zwar ziemlich gut, wir könnten schon was veranstalten. Ja, wir können die alle platt machen, ne? Wollen wir das, ist die Frage. Also können wir den Laser da ausmachen, das bringt uns ja gerade nicht so viel, ne, oder? Fliegen wir mal näher ran. Dann gucken wir mal, dass wir diverse Dinge treffen, die uns Sinn machen zu treffen, oder? Die Wolken, die hier auf uns zu fliegen, die sind neu, meine ich, oder? Fliegen wir mal wieder näher ran. Also unser Schutzschild hält, ne? So, und dann war es das für ihn. Sammeln wir mal gerade ein paar Sachen ein. Schalten gerade um. Okay, da kommen die Nächsten, das heißt, wir können gerade nicht. Müssen wir gerade wegfliegen. Aber unser Dingens, doch, funktioniert unser super-hyper-Antrieb. Es sind aber jetzt mehrere, ne? So, wir haben umgeschaltet. Setzen uns jetzt mal hinter dem hier. Und gucken mal, dass wir den da hinten dann erstmal nehmen. Und gucken wir mal, dass wir den da hinten dann erstmal nehmen. Jetzt sind wir gerade im Kreuzfeuer, das ist vielleicht nicht so ideal. Ja, macht keinen Sinn hier, das ist, wir müssen mal gerade ein Stück wegfliegen. Und schauen, ob wir irgendwas anders machen können. 30 sind wir weg, jetzt müssen wir mal gerade hier in den Baumodus gehen. Das ist jetzt der R-Werkbaulaser, das ist jetzt hier das Schiff. Ja, komm, das bringt alle nix hier mit der Kiste. Ich glaube, wir gucken mal lieber, dass wir irgendwo springen können. Und zwar, wohin, das ist die Frage, ne? Ich glaube, wir springen einfach mal nach hier unten. Da geht's lang und los geht's. Bringt hier ja nix, ne? Wir haben da jetzt einen kaputt gemacht, ja. Aber gebracht das nicht so viel. So, gibt's hier unten noch was? Ja, da sind ein paar Blipse, dann fliegen wir doch da mal hin. Müssen allerdings noch relativ warten, ne? Hier war jetzt sowieso nix außer uns, ne? Genau, ein leerer Sektor. Sprung geht dann da hin. Wir können mal gerade schauen, ob wir schon uns reparieren können. Das hat wohl alles schon funktioniert. Jetzt müssen wir mal... Ja... Bewaffnung wäre ja da, ne? Flakgeschützturm... Bergbaugeschützturm, ja. Die Bergbaugeschütztürmer kosten halt Slots, ne? Ja, 18 Sekunden noch bis zum Sprung. Dann wollen wir mal gucken, was bei den grünen Blipsen da so los ist, oder? So, auf geht's. So, was ist hier los? Gibt's ein Schiff, oder was? Wo ist das? Da. War da, ist da. Forschungsstation, okay, das ist cool. Was können wir denn auf so einer Forschungsstation jetzt forschen, ne? Brauchen wir die Klamotten, die man da reinsteckt, alle, ne? Zweigeschütztkontrollsysteme. Kann man die auch da reinmachen, die Konstruktionsmarken? Da hätten wir fünf von, ne? C43, haben wir zwei. Vielleicht sollten wir so kleine Kanonen da reinstecken, geht das? Vierfachkanonengeschützturm, könnte ich den da reinstecken? Ja. Boah, der hat schon ordentlich Schaden, den nehmen wir mal nicht da rein. Tesla-Geschützturm, wow, Schaden reichlich. Exotisch. Hier hätten wir drei davon. Bergbau mal eins. Kriegt man dann die ultimative Kanone da? Ungewöhnlich. Titan, 184 Schaden. Schaden, 3,5. Puls. Ah, das ist ein Bergbau, okay. Das würde gehen. Neuen Gegenstand umwandeln. Lass den nochmal rausnehmen. Warte mal, den will ich einsetzen. Den will ich einsetzen. Der ist schon gar nicht mehr so schlecht. Tesla, ja. 136 Schaden, der ist 184 Schaden. Würde ich eher den da reinsetzen. Sehr exotisch, ne? Komm, wir machen es mal, oder? Geht auch nicht. Ach, die können eine Seltenheit höchstens auseinander sein. Okay, das heißt, der geht nicht. 184 Schaden. 184 Schaden, 14 Schaden. 14 Schaden. Braucht man einfach was zum Füllen, oder was? Geht auch, ne? Vielleicht schießt er in einen anderen Sektor, wenn wir den nehmen. Komm, zack, geht auch nicht. Ah, das ist wieder eine Seltenheit auseinander. Dann ist das nicht möglich. Okay, dann war es das wohl. Obwohl, warte mal. Schütz-Kontroll-System. Noch eins. Das ist der in blau. Der da auch noch ein. Radar-Upgrade. Und das ist ein Hyper-Rom-Upgrade. Was kommt da raus? Geht nicht. Ach, ich muss angedockt sein. Alles klar. Dann machen wir das doch, oder? Wir wollen mal irgendwas rausbasteln, oder? Mal schauen, was dabei rumkommt, oder? Versetzung hat Kohle gekriegt. Okay. Der dockt dann auf der Rückseite an. So, jetzt geht's docken. Forschen. Wir nehmen auf jeden Fall diese Geschütztürme. Weil die brauchen wir sowieso in dem Sinne nicht. Radar-Upgrade. Hatten wir auch schon drinne. Das wollen wir nicht nehmen. Das vielleicht auch nicht unbedingt. Der war teuer. Der war nicht so wild. Und der auch nicht. Die nehmen wir. Und zack. Jetzt haben wir einen Außergewöhnlichen gekriegt. Aber was für eine Kiste. Aber nicht Bergbaugeschützturm. Super, oder? Flak, da haben wir drei. Dann haben wir einen 43-Detektor. Wir könnten jetzt noch zwei, vier. Können wir den auch nehmen? Ach, das ist der hier schon, oder? Ja. Nochmal die Forschung an. Das ist... Nee. Drücke E, um zu vergleichen. Ich hätte es gern mitgenommen. Ne. Geht das denn? No, nit Bergbaugeschützturm 16. 3, 6, 15, 9. Ja, das ist das wohl. Okay, da haben wir jetzt nichts Tolles bei rausgeholt. Der ist zwar jetzt sozusagen besser geworden, aber... Das war ein Satz mit X. Das war wohl nichts, ne? Was können wir sonst noch so? Schiss-Menü. Ja, das ist alles... Halb so wild. So, lass uns nochmal in die Karte gerade checken. Wir sind zur Zeit hier. Warte mal, da ist ein Blip, weil... Dann geht's... Und hier sind ganz viele Blips, ne? Also ich glaube, wir gehen mal hier hin, weil... Das könnte dann sein, dass wir da diese Tore wieder verfolgen können. Aber diesen Sprung, den können wir vielleicht noch gleich machen. Aber im Endeffekt werden wir dann... In dem anderen Sektor in der nächsten Folge weitermachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls ihr dieser Folge etwas Positives abgewinnen könnt, dann gebt ihr einen Daumen hoch. Und macht euch die Glocke an, damit ihr das nächste Video mitkriegt, ne? So, und jetzt sind wir in diesem Sektor. Den wir nächstes Mal dann erkunden werden. Sieht ja ganz nett hier aus mit den orangenen Sachen drumherum. Andere Fraktion, ne? Alles klar, dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss! 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 Tschüss!